Wir spielen heute Capture the Flag in einem riesen Paintballpark. Antreten werden Teresa und Rick, Alex und Johannes und Moritz und Levin. Bevor wir jetzt aber mit dem finalen Spiel beginnen, machen wir ein paar Übungen, um zu gucken, wie gut wer schießen kann. Also Leute, seid ihr ready? Bei der ersten Challenge geht es darum, wie gut kannst du zielen. Wie viele Schüsse brauchst du, um diese drei Flaschen darunter zu schießen? Ich würde sagen, ich probiere direkt als Erster, mal schauen, Digga, ich weiß gar nicht, wie man damit zielen soll. Hey! Oh, der war es nicht. Nein! Drei! Oh! Zehn! Oh! Ja! Zehn! Zehn, okay, das war sicher nicht gut, aber sicherlich auch nicht der schlechteste. Er bezwimmt alle was an. Oh, das war aus Versehen. Eins, oder? Ja, eins, Digga! Eins, zwei, drei! Drei! Ja, Digga! Dreizehn! Dreizehn! Vierzehn! Ich glaube, wir müssen keine Sollen machen. Dreizehn! Zweizehn! Vierzehn! Ich geh nicht runter! Er hatte sechs und zwanzig! Oh! Du musst einfach entspannt machen. Atmen! Eins! Eins, zwei, drei, sechs, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, vierzehn! Nächster ist, hey Moritz, auf geht's! Oh, da kommt der jetzt nicht! Zwei, drei, vier, sieben, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn! Eins! Du musst einfach richtig treffen, was heißt das? Danke für den Chip! Zeig uns das zu hart! Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, gut angefangen! Acht, jetzt kommen wir! Oh! Oh, drei, sechs, neun, zehn! Okay Leute, die Challenge hat auf jeden Fall lebend geworden um einen Punkt, das war sehr klar! Wir kommen zur nächsten Übung! Und zwar geht's darum, wer kann am schnellsten Feuer? Wir kriegen jetzt jeder 30 da rein und dann müssen wir die so schnell wie möglich abfeuern! Ich halte das schön! Will, du triffst nicht, okay? Okay! Fertig, los! Man schießt immer auf seinen Teampartner, also Theresa, mach dir keine Sorgen! Drei, zwei, eins, go! Oh! 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 Hä? Warum kommt da immer wieder doch was raus? Das ist doch unfair, Digga! Junge, ich hab doch so schnell draufgedrückt, wie es ging, es kam plötzlich nicht! Drei, zwei, eins, go! Boah! Junge! Was? Da ist doch eine! Ah! 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 Bruder, da war doch eine! Das gibt zehn Straßsekunden! Junge, nur weil eine! Ich hab doch vergessen, oder? Bei mir war es doch genau das Gleiche! Drei, zwei, eins, go! Wer? Sicher? Ja! Drei, zwei, eins, go! Nein! Okay! Ja! Oh! 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 Also, hier waren erst sechs, und jetzt nochmal zehn, Straßsekunden, 16! Go! Der? Ja! Okay! So, ich würd sagen, Levin und ich, wir haben beide sechs Sekunden, bloß Levin war trotzdem schneller als ich! Mal wieder! Bei der letzten Challenge geht es darum, einen Gegenstand abzuschießen, aber man muss selber laden, zumachen und abschießen und wir stoppen die Zeit! Drei, zwei, eins, go! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! Ja! Das war gut, das war nicht! Auf die Plätze! Fertig! Go! Nein! Nein! Ich wusste es! Alter! Yo! Was ist da los? Yo! Stopp! Auf die Plätze! Auf die Plätze! Okay Theresa, wir sind die Ersten, wir müssen unsere Flagge jetzt smart verstecken! Man muss sie sehen können, aber auch nicht zu gut! Überleg dir was! Überleg dir was! Ja! Jeder kann sie sehen, aber wenn man sie sich holen will, dann wird man gekillt! Ja, das ist nicht schlecht! Okay, alles klar, let's go! Also wir haben jetzt unsere Flagge versteckt, jetzt gibt es erstmal Kommentare an Heidi, Orhan und Lia Marie, wenn ihr auch eins haben wollt, dann schreibt einen Kommentar! Am besten schreibt ihr schon mal, welches Team heute gewinnen wird! Wir sind hinter das, und zwar hier! Ist doch offensichtlich, ne? Kann man sehen! Hier, in so eine Box rein! Obwohl, jetzt mal ehrlich, das geht eigentlich! Nein, da sieht man es eher, da sieht man es eher! Echt, sagst du? Von hier sieht man es eher, ja! Guck mal, wir machen hier! So! So, ja, so, so! Boah, ist das assi! Nein, man sieht schon, man sieht schon! Boah, ist das assi, Digga! Die Teams haben ihre Flaggen verteilt! Ich erkläre noch einmal ganz kurz die Regeln! Man muss die Flaggen finden und sie dann in diesen Turm hier reinwerfen, okay? Wenn die da reingeworfen ist, gibt es einen Punkt, wenn man auf dem Weg dahin abgeschossen wird, dann lässt man seine Flagge fallen, die man hat, Hand in die Luft, dann geht man zu einem der Respawn-Punkte und drückt einmal auf den Buzzer, zählt bis 5 und dann ist man wieder im Game! Habt ihr das alle verstanden? Ja! Man darf nicht die Flaggen von sich selber holen, okay? Nur vom gegnerischen Team natürlich! Und wenn dieses Video hier über 50.000 Likes bekommt, dann werden wir in dieser Runde wieder ein neues Video drehen, okay Leute? Gibt euch Mühe, let's go! Jeder geht auf seinem Platz, jeder sucht sich eine Ecke aus und dann wird runtergezählt, let's go! Wenn ihr auch mal Paintball ausprobieren wollt, dann schaut bei Play Paintball vorbei! Okay meine Freunde, das Spiel beginnt in 3, 2, 1, go! Oh mein Gott, ich bin raus! 1, 2, 3! Wo sind die Flaggen, Digga? Ich seh keine! Getroffen, hallo, wir sind getroffen! 1, 2, 3, 4! Hey, ich hab' ich hab' Rick, ich hab' Rick, ich hab' Rick! Lass die Flagge fallen, du Idiot! Weiter geht's, Regga! Genauso wie gerade eben! Raus! Raus, raus, raus! Getroffen, Digga! Ich wurde auch getroffen, Digga! Ah, 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 ah! Leute, Schmerz! Wo sind die Flagge? Da oben ist die andere Rote. Ja, wie immer noch? Ja. Das sind keine Flaggen, Mann! Das gibt's doch nicht! Wo sind die? Hab' ich, hab' ich! Oha! Wir treffen! Wir treffen! Ich hab' Moritz! Ich hab' Moritz! Ich hab' Moritz! Ah, Digga! Ah! Leben! Komm! Ja! 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 Das tut so weh! Das tut so krass weh! Bruder, ich hab' einen Punkt gemacht! Ich hab' keine Flagge! Wo sind die Flaggen, Mann? Ich hab' den Punkt gemacht! Geil, Mann, geil! Wo sind die Flaggen, wo sind die Flaggen? Du bist raus! Du bist raus! Du bist raus! Du bist raus! Ja, okay! Du wirst bescheiden! Du wirst bescheiden! Ah! Ah! Du bist raus! Ich bin leer! Ich bin raus! Achtung! Achtung! Fuck! Hab' ihn nicht! Wo sind die Flaggen, Mann? Irgendwie zu irgendeiner Flagge gekommen! Ich hab' den ganzen Spiel noch keinen Flaggen geführt! Okay, komm! 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 Komm mit ihm! Komm mit ihm! Wurde ich bin, muss ich re-spawn! So weit los! Ah! Boah, das tut hart! Ah, Digga! Wo sind die Flaggen, Mann? Das gibt's doch nicht! Ich find' keine Flagge! Finger, Finger, Finger! Wo sind die Flaggen? Komm mit, komm mit! Ich weiß doch! Ganz hinten rechts in der Ecke! Hab' ruhig! Es war nur bei der Relation! Ah, Digga! Zieht doch mal! Ah! 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 Ich hab' mich achtmal eingeschossen! Auf Nummer sicher gehen, aber... Es sind wieder zu viele! Ich brauch' endlich ne Flagge! Raus! 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 Verdammt! Ah! Überfreit von sich, Digga! Zehnmal! Kammer! Ah! Ich seh' einfach keine Flaggen hier! Eins! Zwei! Ich hab' hier! Ich hab' hier! Ja! Komm her, komm her! Ah! Fuck! Raus! Aua! Hey! Mit dem hab' ich nur ne Rechnung auf! Du hast grad fünf überhaupt nicht getroffen! Digga, wir haben zwei Punkte gemacht, Digga! Let's go! Let's go! Das wir jetzt mal richtig auseinandernehmen, okay? So, zwei Flaggen... Okay, warte, wir müssen so systematisch jetzt... Das ist ganz schön, das ist jetzt schon... Ja, aber systematisch... Jetzt müssen wir erstmal diese Fragen finden, das ist das wichtigste... Ja, das mein' ich jetzt systematisch davon raus... Wir gehen jetzt alle einfach ab, ich lauf' jetzt dann... Ich lauf' jetzt dann... Lauf' jetzt zum nächsten Schutz, zum nächsten Schutz und los! Ja, bleib' hier, bleib' hier, bleib' hier, bleib' hier! Tschüss! Getroffen? Ja, ja, ich bin raus! Fuck! Ich hab' ihn, ich hab' ihn, ich hab' ihn, ich hab' ihn... Und der hat gerade eine Plage... Er hat eine Plage entgeguckt! Boots muss carry! Achtung! Hat sie! Ja, getroffen! 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 Fuck! Renéli, ich bin frei, renn! Oh! 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 Jaaa! Gewonnen, gewonnen! So sind Sieger auf Schalalala! Der Sieg geht auf die beiden! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Checkt das nächste Video ab. Bei 50.000 Like, ihr wisst, was passiert. Wir sehen uns.